Willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit CCGE, wir spielen natürlich Deppe Daylight. Mit dabei ist der Fürstenfinsternis, der Tobii. Jawoll. Der Virus. Hallöche Freunde. Und GP Crazy mit dem Wolf. Mit dem Wolfshundpferd. Ich hole mir den nächsten Hüha-Pferd, nur fürs Video. Ja, du bist ein Kinder-Hüha-Pferd. Da musst du die Geilzeit aber stehen im Video, du darfst da nicht im Sitzen zocken. Okay, dann muss ich nächstes mal die Kamera aufstellen und einen höheren Tisch besorgen. Perfekt. Das geht sowieso ums Pferd, das ist der Hauptdarsteller. Lass mich warten, das Pferd, was dann aussehen soll, wie fährt sie dann aus wie ein Elefant? Ja. Oder die Nosaurier. Nein, wie ein Virus. Mir kommt sicher was ins Sinn. Ich bin die Nosaurier. Ich bin mit dem Totenkopf. Ja Mensch, ich muss das Totenkopf fährt. So ein Totenkopf fährt. Da schreibe ich raus. Ja, genau. Der Crazy macht dann seine Bremer Stadtmusikanten. Das Pferd hat er, dann hat er Wolf. Ja, ein Esel brauche ich noch. Die muss man, die muss die Virus machen, dann. Er verklauert sich dann. Der Esel kann ja aber selbst der Schwanz anfängen, doch. Die sind nagig, weißt du, wie bei Winnie-Pooh hinten dran schlagen. Wow, ich die Vorstellung alleine betreibt mir Kopfschmerzen. Das ist ja nichts Neues. Ja, was? Das sieht aus Kopfschmerzen. Das ist nicht neu. Ich dachte, du hast von was anderem geredet. Nein, nein, bin ich auch gar nicht. Bin ich das nicht selbst anfühlt. Äh, es ist Michael. Michael Meier, wo ist er denn? Und? Bei ihm das Gute ist schon mal beschäftigt. Mein Virus ist ein Problem. Ich eröffne eine Truhe. Ich habe extra als Perk dabei, dass ich, äh, aus den Truhen einen Addon mitkrieg gleich mit den Items. Ey, da kam kein Item raus. Äh, kein Addon raus, glaube ich. Mir steht es nicht dran. Fumische Sache. Hä, wozu habe ich das jetzt gelegt? Oh nein! Wie hast du das denn geschafft, du Frauenheld? Juro, siehst du der Frauenheld. Na, da tippt dann her. Das würde er ja keine Heuke tragen. Oh, das war knapp. Jawoll. Leeroy Brown! Na, wo steckt denn eigentlich? Das war zu früh. Oh, du armer Willi! Geh mal Bauern, ey, du Knüppel! Oh! 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 Oh. Wie, w-w-, w-w-wie-w-Wie-w-w tabii. Wieviel willst du mir noch am ablenken von dir? wir lassen die ganze explodieren dass die klaus uns kommt irgendwie doch spiel mit michael wenn sie nicht noch mal knallen lassen er war fast fertig dabei aber ich krieg er uns mit raus weil da ist jetzt mit dabei ja schon glaube ich denke jetzt aber ich habe kein sprich bus die idioten ablenken würde doch doch tobi spielt das opfer bin immer ein opfer außer der schule oder auf der arbeit oder im normalen leben ich habe jetzt zweimal gestanden der darf der darf sich hier der darf hier keine chance kriegen generatoren generatoren und jetzt noch jeder generatoren macht es doch dich ich habe so weit wie möglich weg zu kommen dass der tobi kommt zu ich habe alleine generator jetzt ich halte ich mal gemütlich das er macht wirklich die blutjagen tschüss ok wenn der tronfeld ich mache es auf weil ich krieg daraus immer er sonst mit das ist sinnvoll ich wollte den haken los machen ja ja aber er war doch direkt schon da kommt ihr hinterher wem crazy ja ich wollte ich konnte zurück achten ja habe ich wenigstens abgelenkt du noch ich halte ich halte ich halte ich halte ich halte ich halte erkennt das sein weiß nicht jetzt 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 der kommt er hat nicht gesehen der stock war ein bisschen kämpfer bei dir ich halte 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 dann wird es wahrscheinlich gehen kann jemand ablenken kurz da renne ich direkt zur putze runter jetzt jetzt opfer nein du blöde sack ist sich du dreckige alter ich habe kein prägt nix er kommt zu euch will er alle schnitzeln oder was ja natürlich du arsch wieso ich jetzt noch weg ja 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 wir machen wir jetzt wieder unser spielchen mein freund oder mann ein bisschen weiter weg ich krabbel zu dir ja 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 darauf sich zu bewegen habe ich doch schon durch wo ich bin scheiße rennt habe ich weg von mir ich habe ich habe zurück er kommt zurück er kommt ich habe maximale punkte ich kann nichts mehr machen die ihr scheiße er will mich auf jeden fall denke ich mal kriegen und kämpfen weil ich bin ja einfach zu gut gerade ja ja jetzt schon ich weiß ich kann mich auch nicht selbst sein mit ihr er kommt zurück er kommt zurück er kommt zurück in die richtung ich habe ich habe hier gerade ein generator er kommt jetzt rechts der vergebnis er muss ja den nächsten auf der anderen seite der web ist ja einer der mich halten kann ich habe ja auch ein generator er macht schon hier ganz schön das ist gut dann der killer kommt ja ja lass mal noch ein bisschen machen fertig ja ich denke nach macht mich fertig kommt einer hier hoch mal zu mir ich habe ja auf der anderen seite der map ich sehe dich ja ich habe ja weggeloggt hat sehr gut funktioniert muss ich sagen nach einer runde kommen wir machen jetzt der generator hier flut und da liegt wir raus hier auch nicht du musst nicht im schrank du guckst nicht im schrank ist nicht im schrank er guckt nicht im schrank er guckt nicht im schrank bleib doch da unten leute wir sitzen am letzten gerettung oh nein ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung hier guck mal wusste die ausgänge wenn man immer noch nicht macht den hier hinten auf du machst den anderen wasser heute hier macht die ausgänge und geht da raus dass mich sterben fertig nein ich weiß ich doch bei dir noch näher ich will nicht dass der camper merkels kriegt als nötig ganz einfach verdient kein kill kuhleiter stehen auf ihn zu hier geht raus er tut ich face kämpfen fast beide hier geht ab zu virus los der verdient keine weiteren kills ich bringe mich jetzt um na toll ok dann haben wir die luke ok wenn er pro jahr kannst du mir tatsächlich helfen kommt der diabolik 3 scheiße werde ich nicht schaffen die luke gefunden ja ich kann die und zum flug verfolgt und die unterholung und da direkt ein direkt ein nicht weglaufen direkt ein direkt ein wir sind mit zwei leuten das schaffen wir nur noch hinter dir ja lauf aus laufen ich kann nicht raus geht auf die andere seite wo die gelben busse sind da hinten ist ein ausgang der ist noch nicht offen da müsst ihr hier mache ich auf beim gelben bus ist da die luke falls wer die braucht ich bin tot ich bin tot ich liege ich liege ich liege ich liege ich liege noch bei mir leute noch ja ja aber ich liege gleich ich nicht mal tor bist du eigentlich weg der diabolik drei ne gerade es reicht ein schlag zu tanken soll ich ihn ablenken ja nimmst du ja der andere ausgang ist doch offen mensch er hat mich und hier geht es bitte alle raus ja du bist sowieso jetzt tot weil er gerade schon kämpft er kommt zu dir alle waren auch blut du musst raus bei mir hör auf dich zu halten und trennen er hat ja gleich neben dir auf da bist du am arsch bleib hier bleib hier warum hat sich da jetzt 80 jahren geheilt er ist tot er hat schon gewickelt ja ja ich hab direkt die flussversuche raus und ich hatte eigentlich auch vor mich um zu bringen wenn ich habe die luke ich habe es bei uns bleibt geht zu luke perfekte machen wie aus wie aus wenn sie luke hat raus doch raus na ich habe noch zwei packen und ich habe die machen brauchen Levelaufstieg 20.000 Punkte Ja, aber so funktioniert das crazy So funktioniert das So, das war mal wieder eine Runde Mit CCGE natürlich Dad by Daylight Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss